Den heutigen Predigtext finden wir in Philippa 1, die Verse 7 und 8 und des Zusammenhangs halber lese ich ab Vers 3. Vers 3. Und wenn ihr mit mir an der Gnade teilhabt in meiner Gefangenschaft, wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du zu uns redest, dass du deine Gemeinde baust bis heute und dass du uns in deinem Wort starke Unterstützung und Nahrung gibst, wie wir diesen Weg hier gehen können, sodass wir dich ehren als Einzelne und als Gemeinde. Und lass doch, wenn wir heute dein Wort miteinander studieren, es dazu dienen, dass dein Wille geschieht in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Amen. Liebe Gemeinde, wenn der Philippabrief der persönlichste Brief des Paulus ist, dann ist unser Vers 8 heute wohl die emotionalste Stelle in diesem persönlichsten Brief. Wir wissen, Empfänger sind die Christen in Philippi, also in Griechenland, zu deren Gemeindegründung Paulus vor zehn Jahren, also zehn Jahre vor diesem Brief, maßgeblich beigetragen hatte. Seitdem war die Verbindung nie abgerissen. Man konnte sich immer aufeinander verlassen. Und jetzt, circa 61 nach Christus, sitzt der Apostel also in Untersuchungshaft wegen seiner Verkündigung in Rom. Und wieder haben die Philippa, obwohl circa 1000 Kilometer Luftlinie entfernt, alles versucht, um den Apostel nicht hängen zu lassen, ihn zu unterstützen. Das geht so weit, dass sie sogar einen eigenen Mitarbeiter, den sie vor Ort dringend gebraucht hätten, auf die Reise nach Rom geschickt haben, um nach Paulus zu sehen und um ihm in seiner Notlage wirklich zu helfen. Und nun sitzt der Apostel in seiner Zelle, er greift zum Griffel oder möglicherweise diktiert er diese Zeilen auch dem Timotheus, der ab und zu vorbeikommen durfte. Und Paulus macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Diese beiden Verse, um die es uns heute geht, mit denen wir fortsetzen, Vers 7 und Vers 8, zeigen uns in besonderer Weise das Herz des Apostels. Im Vers 7 sagt er, ich habe euch alle in meinem Herzen. Und in Vers 8 fügt er hinzu, Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch sehne mit der innigen Liebe Jesu Christi. Man könnte auch sagen, mein Zeuge, wie ich mich nach euch sehne aus tiefstem Herzen. Luther hat übersetzt, mich verlangt nach euch von Herzensgrund in Christus Jesus. Sehnsucht. Und das griechische Wort, was hier steht, was Luther mit Herzensgrund übersetzt, was andere mit innige Liebe übersetzen, ist fast unaussprechlich. Splanchnon, Sie können das ja mal versuchen. Splanchnon, Splanchnon bezeichnet wörtlich eigentlich die Eingeweide, also die inneren Organe. Wo Luther Herzensgrund übersetzt, steht eigentlich innere Organe. Das heißt, es beschreibt eine Empfindung, die so stark ist, dass man sie körperlich zu spüren meint. Wir kennen ja diese Ausdrucksweise auch im Deutschen. Wir sagen, das geht mir aber jetzt an die Nieren. Oder dieser Gedanke wirkt mich. Oder mein Herz könnte zerspringen vor Freude. Splanchnon. Und Paulus sagt, so sehne ich mich nach euch aus den Eingeweiden heraus, aus tiefstem Herzen. Und daher kommt der Titel unserer Predigt heute Morgen, eine Liebeserklärung. Das ist der Titel, der über dieser Predigt stehen soll, vom Text her. Eine Liebeserklärung. Eine Liebeserklärung vom Apostel an die Mitchristen, zunächst im Philippi. Und die Frage wird sein, ob wir irgendwie in diese Liebeserklärung einstimmen können. Das müssen wir jetzt herausfinden. Liebeserklärungen sind ja eine brisante Gattung. In der Literatur, in der Musik, erst recht im persönlichen Leben. Manchmal kommen Liebeserklärungen ganz spontan zustande. Manchmal als Kunstform. Liebeserklärungen werden gedichtet. Sie werden gestammelt, gesungen, gemalt, gestottert. Liebeserklärungen umfassen die ganze Bandbreite von erhaben bis lächerlich, von kunstvoll bis kitschig, von Shakespeare's Sonetten bis zur Schlagerparade. Am Ende entscheidet der Erfolg. Lieber mit einem Schlager Erfolg gehabt, als mit Shakespeare's Sonett gescheitert. Reinhard May hat das Ringen um die richtige Liebeserklärung in einem seiner Chansons so gezeichnet. Da sagt er, ich habe unzählige Seiten vollgeschrieben, ich habe mir Geschichten ausgedacht, bin keine Antwort schuldig geblieben, ich habe den Denker und den Clown gemacht. Ich habe Weisheiten von mir gegeben und dabei manche Torheit, wie mir es scheint. Ich habe geredet, als ging es um mein Leben und doch nur immer eins gemeint. Ich habe versucht, in immer neuen Bildern zu sprechen, doch jetzt geht die Zeit mir aus. Ich kann nicht mehr um sieben Ecken schildern, ich sage es einfach und gerade heraus. Ich sage es einfach und ich schreibe auf deinen Spiegel, auf die Wand, auf die beschlagene Fensterscheibe, wofür ich so viel Umwege erfand. Ich liebe dich, ich brauche dich, vertraue auf mich, ich baue auf dich, wollte nicht leben ohne dich, ich liebe dich. Eine wunderbare Liebeserklärung, das ist Klartext. Und den finden wir auf einer anderen Ebene, Klartext natürlich auch bei der Liebeserklärung des Paulus. Denn Gott ist mein Zeuge, sagt er in Vers 8, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und nun fragen wir, wie kommt Paulus dazu? Hat er sich von seinen Gefühlen übermannen lassen? Ist es der Druck der Gefängnissituation, der sich hier Luft verschafft in diesem Gefühlsausbruch? Er wartet ja auf sein Urteil, er weiß nicht, was dabei herauskommen wird. Allerdings steht der Philippabrief mit einem solchen Gefühlsausbruch nicht ganz allein. Schauen wir bei Apostelgeschichte 20 nach. Eine Situation drei Jahre vorher. Auf der Reise nach Jerusalem, nach Paulus von Westen, kommt Station in Milet, Türkei. Dorthin bestellt er die Gemeindeleiter von Ephesus, die nur einige Kilometer entfernt wohnen. Er bestellt sie dorthin nach Milet, um ihnen sein Vermächtnis für die Gemeinde mitzuteilen, weil er weiß, dass er sie nicht mehr sehen wird in diesem Leben. Und dann lesen wir hier quasi seinen Rechenschaftsbericht, jetzt nur einige Auszüge. Apostelgeschichte 20, Abvers 28, wie er den Ältesten von Ephesus sagt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weinen, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die nicht die Herde verschont werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Und als er das gesagt hatte, heißt es dann in Vers 36, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Sie knien dort nieder im Hafen von Milet. Und dann heißt es in Vers 37, Da begannen alle laut zu weinen. Und sie fielen Paulus um den Hals. Und sie küssten ihn, am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Ein ergreifender Moment. Keiner, der dabei war, wird den jemals wieder vergessen haben. Und wir sehen, die Gemeinde Jesu hatte auch in ihren Anfängen nie die Atmosphäre eines Kühlschranks oder eines Archivs, in dem verstaubte Akten aufbewahrt werden. In Römer 12, Vers 10 sagt Paulus, die brüderliche Liebe, und da sind die Schwestern immer eingeschlossen, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Und in 2. Korinther 9, Vers 7, wirbt er für eine Kollekte für die Mitchristen in Jerusalem und sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und warum wir fröhlich sein können, sagt schon Psalm 126, Vers 3. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Und Petrus beschreibt das Verhältnis seiner Gemeinde zu Jesus auch mit, ja, Worten voller Wärme. In 1. Petrus 1, Vers 8, da sagt er, ihn, also Jesus, habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn noch nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Jonathan Edwards, einer der größten Theologen der Geschichte, ist von diesem Vers bei Petrus so beeindruckt gewesen, wie Petrus sagt, ihr habt ihn doch lieb und ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude. Und er hat darauf hingewiesen, in der Bibel bedeutet lebendiger Glaube auch immer Neigung, auch immer Zuneigung. Und diese Herzlichkeit, die findet sich sowohl im Verhältnis zu Jesus als auch im Verhältnis zu den Mitchristen. Sie sollte unser Leben als Jünger Jesu prägen. Der Kirchenvater Augustin hat in seiner Jugend ein ziemlich wüstes Leben geführt. Er hat alles mitgenommen, was es gab. Er hat gierig in den äußeren Vergnügungen nach Glück gesucht. Und Augustin war dann überwältigt von der neuen Freude, die er bei Jesus fand. Und er konnte dann später den Unterschied zwischen vorher und nachher, zwischen der weltlichen Vergnügungsfreude und der göttlichen Freude, er konnte den gar nicht krass genug beschreiben. Einmal sagte er in seinen Konfessionen im Jahr 386, wie süß war es auf einmal für mich, diese fruchtlosen Freuden los zu sein, die ich früher zu verlieren fürchtete. Du, Gott, hast sie mir ausgetrieben, der du die wahre, souveräne Freude bist. Du triebst sie mir aus und nahmst selbst ihre Stelle ein, der du süßer als alles Vergnügen bist, schreibt Augustin. Der du süßer, du, Gott, süßer als alles Vergnügen bist. Und in diesem Sinne, das ist bewegend, hat Augustin dann auch missionarisch um seine Zeitgenossen gekämpft. Weil er ihre verzweifelte Suche nach dem Glück so gut verstand. Weil er das ja selber so erlebt hatte. Und einmal fragt er voller Leidenschaft, was geht ihr in die Wüsteneien? Also warum geht ihr freiwillig in die Wüste, wo ihr umkommt mit euren Glücksversuchen? Und weiter, Augustin, das Gute, das ihr liebt. Und damit meint er die guten Schöpfungsgaben. Das Gute, das ihr liebt, es ist von ihm, also von Gott. Aber gut und süß ist es nur in ihm. Und bitter wird es mit Recht, weil es Unrecht nur geliebt wird, fern von dem, aus dem es kommt. Bitter wird es mit Recht, weil es Unrecht nur geliebt wird, fern von dem, aus dem es kommt. Alle, alle guten Dinge dieser Schöpfung, die wir haben, sind von Gott, sagt Augustin. Eine herrliche Landschaft, wunderschöne Kunst. Alle Sinnesfreuden kommen von Gott. Aber wenn wir sie ohne Gott genießen wollen und dann davon das wahre Glück erwarten, dann überfordern wir sie. Dann machen wir sie letztlich kaputt. Und wir versündigen uns an dem, der sie und uns geschaffen hat. So sagt es Augustin, so sagt es die ganze Heilige Schrift. Auch unsere Fähigkeit zu fühlen, verdanken wir Gott. Emotionen gehören in unser Leben vor Gott mit hinein. Und das ist genauso wie mit dem Denken. Auch hier brauchen wir Gottes Beistand, um richtig mit unseren Emotionen umzugehen. Aber Christen sind keine Stoiker, die es damals auch schon gab. Stoiker, die alles so kühl an sich abprallen lassen, die nichts rühren kann. Stoiker, die keine Miene verzieren, die weder laut Lachen noch herzzerreißend weinen können. Das ist eine heidnische Philosophie. Es hat nichts mit dem biblischen Verständnis des Menschen zu tun. Aber wie alle Lebensbereiche müssen auch unsere Emotionen geheiligt werden, damit wir verantwortungsbewusst mit ihnen umgehen können. Und so schreibt Paulus an Timotheus eben auch, in 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und hier sehen wir, wie das zusammenkommt, das Denken und das Fühlen. Unser Denken, unsere Rationalität wird nicht überfahren von den Gefühlen. Sie wird mit einbezogen. Sonst könnten unsere Emotionen abgleiten in eine zügellose Schwärmerei. Sie könnten uns zu ihrem Spielball machen. Und deshalb hat Paulus an anderer Stelle, z.B. 1. Korinther 14, auch gewarnt vor jeder Form von Gefühlsduselei. Er hat gewarnt vor emotionalem Chaos, vor Zügellosigkeit. Und er hat ein geordnetes, klar geordnetes Miteinander gefordert, nicht zuletzt in der Gemeinde. Und zugleich beschreibt er das Miteinander der Christen sehr warmherzig und sehr innig. Es ist also wieder mal ein schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen und auf dem uns der Herr durch seinen Heiligen Geist mit seinem Wort führen und festhalten muss. Und dazu dient auch diese Liebeserklärung, die jetzt in den Versen 7 und 8 vor uns liegt. Philippe 1, 7 und 8. Sie gibt uns die Möglichkeit, sehr praktisch, unser eigenes Verhältnis zur Gemeinde zu überprüfen und zu fragen, mit welchen Augen sehe ich die Gemeinde, die einzelnen Geschwister? Ich lese es nochmal vor. Da sagt Paulus, Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, wie ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige, denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne von Herzensgrund in Christus Jesus. Wir alle kennen Phasen, da sind wir von der Gemeinde einfach nur begeistert und beglückt. Und das ist immer so schön, wenn jemand seine Freude über die Gemeinde zum Ausdruck bringt. Das ist das eine. Aber es gibt auch Zeiten des Ärgerns, Zeiten der Enttäuschung oder der Gewöhnung hart an der Grenze zur Gleichgültigkeit. Wir brauchen es, dass der Herr unser Herz bewegt, dass er es füllt, dass er unser Herz demütigt und auch sensibilisiert. Und in diesen beiden Versen gibt uns Paulus nun eine wunderbare kleine Skizze, könnte man sagen, die uns zeigt, was sein Verhältnis zu dieser Gemeinde eigentlich ausmacht und warum er ihnen so schreibt, wie er ihnen schreibt. Wir erinnern uns noch und wenn Sie nicht dabei waren, können Sie das immer noch mal über unseren YouTube-Kanal nachhören. In den ersten sechs Versen, da hatte Paulus die Gemeinde beschrieben als einen Resonanzraum der Freude. Und wir konnten mitverfolgen, wie dieser Resonanzraum entsteht, wie er zu klingen beginnt. Ich danke meinem Gott, Vers 3, so oft ich euer Gedenke. Also meine dankbare Erinnerung an euch. Und dann, was ich alle Zeit tue in all meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden. Die beständige Fürbitte für euch, für eure Gemeinschaft danke ich, am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Die gewachsene Gemeinschaft am Evangelium mit euch zusammen. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesus. Das ist die zukunftssichere Gewissheit über euch. So erklingt der Resonanzraum der Gemeinde. Und heute, wenn wir zu Vers 7 kommen, dann sieht es zunächst so aus, als ob Paulus das nochmal festigen müsste, als ob er das nochmal begründen, nochmal validieren müsste, auch vor sich selbst. Hören Sie, wie Vers 7 beginnt. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke. Man kann auch übersetzen, es ist ja nur recht, dass ich so von euch denke. Oder Menge übersetzt, es ist nur recht und billig für mich, diese gute Meinung von euch zu hegen. Im Griechischen steht hier das Wort für gerecht. Paulus sagt, es ist sachgerecht, dass ich so über euch denke. Es ist begründet. Es ist abgedeckt. Es ist völlig richtig, dass ich das so über euch schreibe. Es ist die Wahrheit, wie ich das in den Versen 1 bis 6 ausgedrückt habe. Leute, was ich euch geschrieben habe, das war keine Gefühlsduselei. Das war keine nostalgische Verklärung, weil wir eben so viel zusammen erlebt haben. Das habe ich auch nicht einfach so dahingesagt, was ich schrieb. Das war kein Süßholz raspeln, damit eure Spenden weiterfließen. Sondern, ihr Lieben, unsere Gemeinschaft zur Ehre des Herrn, sie beruht nicht auf Einbildung, sie beruht nicht auf Taktik, sondern sie ist geistlich solide begründet. Und darum diese Liebeserklärung. Und dann zeigt Paulus an drei Befunden. Er zeigt uns an drei Befunden, was diese Liebe ausmacht. Erstens zeigt er, was uns zusammenschmiedet. Zweitens, was ich über euch denke. Und drittens, was ich für euch fühle. Erstens, was uns zusammenschmiedet. Zweitens, was ich über euch denke. Und drittens, was ich für euch fühle. Erstens also, was uns zusammenschmiedet. Vers 7. Der Kern von Vers 7 ist dieser Satz, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt. Man könnte das auch so übersetzen, die ihr alle mit mir mitgenossen der Gnade seid. Das ist die beste Übersetzung. Das schmiedet uns zusammen. Die ihr alle mit mir mitgenossen der Gnade seid. Und hier taucht wieder ein Wort auf, dem wir in Vers 5 schon mal in anderer Form begegnet waren. Nämlich in der gemeinsamen Teilhabe am Evangelium. Und hier steht wieder ein Wort, das auch dort zu dem Wort gehört. Was schmiedet uns zusammen, sagt Paulus? Was verbindet uns? Ihr alle mit mir mitgenossen der Gnade seid. Dass wir genossen sind. Und wir hatten diese Definition eines Genossen uns schon mal vor Augen geführt. Genosse heißt, A und B haben gemeinsam Anteil an C. Also A und B sind Genossen, denn sie haben gemeinsam Anteil an C. Das ist die Definition eines Genossen. Und schauen Sie genau hin. Die entscheidende Verbindung besteht also nicht unmittelbar zwischen den Genossen. Die entscheidende Verbindung besteht nicht direkt zwischen A und B. A ist mit B nicht verbunden, weil er ihn so sympathisch findet. Oder weil er gesellschaftlich so gut mit ihm zusammenpasst. Sondern A ist mit B verbunden, dadurch, dass sie gemeinsam Anteil an C haben. Paulus sagt, ihr und ich, wir sind Teilhaber an derselben Sache, die größer ist als wir. Das meint Genossen. Und Paulus verstärkt das noch mal, indem er vor das Wort Genosse hier eine kleine Vorsilbe hängt. Nämlich er nennt sie, ihr seid meine Mitgenossen. Im griechischen Synkoinonos. Also, man könnte sagen, das ist fast doppelt gemoppelt. In dem Wort Genosse steckt ja schon dieses Miteinander drin. Und Paulus sagt jetzt hier, und das ist die beste Übersetzung, ihr seid mit mir Mitgenossen. Doppelt gemoppelt. So eng sind wir zusammengeschmiedet, heißt das. Wodurch? Was ist das C, an dem wir gemeinsam Anteil haben? Paulus sagt, ihr seid mit mir Mitteilhaber, wie steht es hier? Der Gnade. Also, liebe Leute, was uns miteinander verbindet, ist, dass wir beide von demselben Brotleib der Gnade ernährt werden, ohne den wir verhungern müssten. Was uns zusammenschmiedet und zusammenschweißt, ist, dass wir beide aus demselben Kelch trinken, den Jesus uns durch seinen Sühnetod am Kreuz gefüllt hat, ohne den wir verdursten müssten. Und das ist auch die Symbolik des Abendmahls. Wir essen gemeinsam von einem Brot. Wir trinken gemeinsam aus einem Kelch. Wir sind Mitteilhaber der einen Gnade. Und das ist überhaupt nicht abstrakt. Das ist sehr konkret. Das ist sehr wirklich. Weil Paulus ja weiß, dass Gnade keine philosophische Formel ist, die in irgendwelchen abstrakten Begriffen ausgeht, sondern Gnade ist Fleisch geworden in einer Person. Die Gnade ist Fleisch geworden in Jesus, der uns diese Gnade erwirkt hat, der diese Begnadigung für uns erkämpft hat, dadurch, dass er unsere Schuld sühnte, dadurch, dass er am Kreuz stellvertretend für uns starb, sodass der heilige Gott uns, den Paulus, die Philippa, uns hier in Hannover jetzt begnadigen kann, ohne seine Heiligkeit zu verlieren, weil Jesus die Zeche bezahlt hat. Und das sagt Paulus hier. Ihr seid mit mir Teilhaber an der Gnade und damit Teilhaber an Christus. Wir, ihr und ich sind beide jeweils persönlich mit Jesus verbunden und dadurch miteinander. Und halten wir das fest, das ist die kürzeste Definition von Gemeinde. Gemeinde, das sind alle, die persönlich Anteil an Jesus haben. Das ist Gemeinde. Gemeinde, das sind alle, die persönlich Anteil an Jesus haben. Anteil an Jesus. Luther hat diese Formulierung so geliebt. Er hat so gern gesagt, Christus und ich sind ein Kuchen. Und damit meinte Luther, also wenn die Zutaten erstmal in einen Kuchen reingebacken sind, Rosinen, Mehl, Milch, was auch immer, Zucker, dann kriegt man die nicht mehr auseinander. Der Kuchen ist dann der Kuchen als Ganzer. Und so meint Luther, dass er sagt, Christus und ich sind ein Kuchen. Man kann mich nicht mehr von ihm trennen. Und das heißt, Teilhaber an Christus zu sein, Teilhaber an seiner Gnade zu sein, ein Kuchen mit Jesus zu sein. Bist du ein Kuchen mit Jesus? Und wenn ich mit Jesus zusammengebacken bin, sagt Paulus, und wenn ihr mit Jesus zusammengebacken seid, tja, dann kommen wir auch voneinander nicht mehr los. Wir sind jetzt drin, in dem Kuchen, egal was sonst noch passiert. Und deshalb fügt Paulus hier auch hinzu, das ist ganz auffällig, er sagt, die ihr alle mit mir Mitteilhaber seid. Er sagt dreimal alle in diesem Abschnitt. Er sagt es auch hier, die ihr alle mit mir Mitteilhaber seid. Und wer ist mit dem alle gemeint? Alle, das sind nicht alle Menschen in Philippi, aber das sind alle echten Christen in Philippi. Dieses alle hier in Vers 7 ist klar definiert, ist damit auch klar begrenzt. Definieren heißt ja auch immer begrenzen. Die Mitgenossen der Gnade, die sind das alle. Ihr Mitgenossen der Gnade, ihr alle gehört dazu. Und natürlich wusste Paulus, dass es in jeder Gemeinde auch Scheinkristen gab und gibt. Menschen, die äußerlich Mitglieder waren, die nach außen alles mitmachten, die nicht unangenehm auffielen, aber die in ihrem Herzen, dort wo es keiner sah, nicht zu Jesus gehörten. Das ist auch eine ständige Begleiterscheinung der Gemeinde Jesu. Dass in ihren Reihen Menschen dabei sind, denen man es nicht ansieht, aber die nicht zu Jesus gehörten, weil sie nicht ein Kuchen mit ihm sind. Und warum sind sie nicht ein Kuchen mit ihm? Weil sie sich nicht zu ihrer Rettung von ganzem Herzen auf Jesus verlassen. Weil sie Jesus nicht als ihren Herrn und Gott anbeten. Weil sie nicht alles auf die eine Karte seiner Gnade setzen. Wie jener Student aus Asien, der wurde von einem christlichen Kommilitonen beim Einsatz, ich glaube auf dem Unicampus, auf Jesus hingewiesen. Und im Verlauf dieses Gesprächs erklärte dieser Christ dem Studenten aus ein, du musst Jesus in dein Herz einladen. Und er sagt, ja, ich will Jesus in dein Herz einladen. Und dann betet er und sagt, Jesus, ich bitte dich, komm in mein Herz. Der christliche Student gab ihm etwas zum Lesen mit, um das zu vertiefen und dann vereinbarten sie einen Termin für die nächste Woche, um weiter darüber zu reden. Und als sie sich zur Nachbereitung treffen, gibt er ihm das Material ganz unzufrieden zurück und sagt, ich glaube das nicht, was da drin steht. Ja, was denn? Ja, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, das kann ich nicht glauben. Ja, und dann fragt der studentische Missionar zurück, ja, aber warum, warum hast du dann Jesus in dein Herz eingeladen? Und er antwortete, ja, er sei ein Bahai. Und er habe Jesus in sein Herz eingeladen, weil er alle Propheten in seinem Herzen haben wollte. Verstehen Sie, so hat es zu allen Zeiten noch innerhalb von Gemeinden Menschen gegeben, die vielleicht irgendwann mal gesagt haben, ich habe Jesus in mein Herz eingeladen. Die vielleicht irgendwann mal gesagt haben, ja, ich finde das gut, was Jesus gesagt und gemacht hat. Die vielleicht irgendwann mal in einem bestimmten Ritual teilgenommen haben und denen dann aufgrund dieses Rituals bescheinigt wurde, sie seien Christen. Aber die in ihrem Herzen nicht persönlich sich vor Jesus gebeugt hatten. Die nicht ehrlich vor ihm zugegeben hatten, dass sie seine Vergebung brauchten. Die nicht bekannt haben, Jesus, wenn du mich nicht rettest, bin ich verloren, erbarme dich über mich. Und deshalb schreibt Paulus auch den Korinthern zum Beispiel in 2. Korinther 13, Vers 5. 2. Korinther 13, Vers 5. Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist? Erforscht euch selbst. 2. Korinther 13, Vers 5. Und das ist die Frage. Gehörst du zu diesem Alle? Zu diesem klar definierten Alle? Derer, die alle Rettung, alles Heil von Jesus allein erwarten? Und ihn darum bitten, dass das, was er damals am Kreuz von Golgatha tat, auch für sie persönlich, gelten möge. Dieses Alle ist ein Freiwilliges. Dieses Alle ist kein Erzwungenes. Mit seinem Alle vereinnahm Paulus niemanden. Wenn Politiker wir alle sagen, dann sollte man eher vorsichtig sein. Also denken wir an die inzwischen berühmte Formulierung des wohl meist gefürchteten Funktionärs der DDR, Stasi-Chef Erich Mielke, der diesen berühmten Satz sage, ich liebe, ich liebe doch alle. Das sagt er kurz nach dem Zusammenbruch des Regimes. Nach dem Motto, die Stasi hat es doch immer nur gut mit euch gemeint. Am letzten Freitag haben wir von einem deutschen Staatsmann einen Appell an alle gehört. Ein Appell an alle, der in der Sache darauf hinaus lief, dass jetzt gefälligst alle Bürger dem Kurs der Regierung folgen müssten. Und wehe, so der drohende Unterton, sie täten es nicht. Bei Paulus hat dieses Alle eine völlig andere Funktion. Nicht als Drohung, sondern als Einladung. So wie es unser Herr Jesus Christus gesagt hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden geben. Mit alle unterstreicht Paulus nochmal, er schreibt hier nicht nur an seinen Inner Circle in Philippi. So nach dem Motto, die Homies von Paulus, naja, die schreibt er nun besonders herzlich an oder er schreibt etwa nur an die Ältesten oder so oder an ein paar besonders enge Vertraute und Mitarbeiter. Nein, nein. Obwohl wir wissen, dass Paulus generell natürlich zu einigen Brüdern auch eine besondere Verbindung hatte. Er hat ein besonderes Vertrauensfeldnis zu Timotheus zum Beispiel und zu Lukas. Aber in dem Zusammenhang spielte das keine Rolle. Sondern hier geht es wirklich um alle, die mit ihm zusammen Teilhaber der Gnade sind. Die Gnade, die uns zusammenschmiedet, liebe Geschwister, transzendiert auch die Sympathiegrenzen. Sie geht weit darüber hinaus. Denn dieses Band wird nicht von uns geschmiedet, sondern von Jesus. Vers 6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Das ist Jesus selbst. Und wissen Sie, deswegen ist dieses Band so fest zusammengeschweißt, so absolut stabil geschmiedet. Und deshalb hat es auch über die räumliche Entfernung hinweg gehalten. Und deshalb sagt Paulus, stärkt ihr mich sogar jetzt, tausend Kilometer entfernt, in meiner Gefängnissituation? Das führt er dann aus in Vers 7. Er sagt, ihr seid meine Mitgenossen. Ihr seid meine Mitgenossen in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Man kann auch hier übersetzen, wörtlich, ihr seid meine Mitgenossen in meinen Fesseln. Ihr seid da, der Resonanzraum der Gemeinde lebt. Und ihr seid da, sagt Paulus, wenn ich das Evangelium verteidige und wenn ich es hier bekräftige, dann seid ihr da. Und für Beteidigen, Verteidigen und Bekräftigen, Apologia und Bebiosis stehen hier zwei juristische Begriffe. Und das eine meint, Apologia meint das Zurückweisen von Vorwürfen, das Auseinandernehmen von Gegenargumenten. Das ist gewissermaßen die Negation. Und Bebiosis meint die positiven Argumente, die Begründung der Wahrheit. Das gehört beides zur Apologetik. Dass ich die Anklagen gegen die Bibel gewissermaßen widerlege, dass ich zeige, warum sie nicht wirklich mit den Fakten übereinstimmen, dass ich mich also auseinandersetze, mit Gegenargumenten, das ist die Abwehr, das ist die Negation und dass ich dann aber auch meine positiven Argumente, meine Belege, meine Indizien, meine Fakten vorlege, die zeigen, warum wir uns auf die Wahrheit dieses Wortes verlassen können. Und so macht es Paulus hier. Und er sagt, in meiner Apologia und in meiner Bebiosis seid ihr im fernen Philippi mir nah und tragt mich und ich merke das. Und das betrifft auch die Verteilung vor Gericht, im Prozess, wo er sich rechtfertigen, wo er sich verteidigen musste, aber es betrifft auch die Verteidigung des Evangeliums im persönlichen Gespräch, so wie hoffentlich auch heute Nachmittag, wenn der Einsatz in der Innenstadt von Hannover erfolgt, viele persönliche Gespräche geführt werden können und da wird es, so Gott es schenkt, auch Apologia und Bebiosis geben und wir wollen das als Gemeinde, als Ganzes mittragen. Und Chrysostomus hat noch einen schönen Gedanken geäußert, der alte Kirchenvater, er sagt, auch die Fesseln von Paulus dienen letztlich der Bekräftigung des Evangeliums, weil sie seine Glaubwürdigkeit unterstrichen haben, weil sie gesagt haben, wenn jemand bereit ist, das in Kauf zu nehmen, in Klammern oder in Anführungsstrichen nur wegen des Evangeliums, dann muss er von dessen Wahrheit wirklich überzeugt sein. Das ist das Erste also. Das Band der Gnade, mit dem Jesus uns zusammenschmiedet, ist so fest, sagt Paulus, dass mich eure Verbundenheit in Philippi bis hinein in den Gerichtssaal von Rom stärkt. Das ist Punkt 1 der Liebeserklärung. Das ist die Basis, was uns zusammenschmiedet. Und das ist unser Geheimnis als Christen. Und deshalb haben wir und zwar jeder Einzelne eine große Verantwortung, unseren Platz in dieser Gnadengemeinschaft, zu der wir zusammengeschmiedet sind, aktiv auszufüllen. Aktiv auszufüllen. Uns immer wieder zu fragen, wie kann ich die Glaubensgeschwister stärken? Wie kann ich meinen Platz in dieser Gnadengemeinschaft einnehmen? Was haben die Philippa getan? Sie haben gespendet, sie haben gebetet und sie haben den Mitarbeiter geschickt. Denn wenn wir mit Jesus verbunden sind, was geschieht dann? Dann legt Jesus uns auch die Glaubensgeschwister aufs Herz. Paulus sagt hier in Vers 7, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle meine Mitgenossen der Gnaden seid. Weil ich euch in meinem Herzen habe. Persönlich konnte Paulus natürlich nur mit einer begrenzten Anzahl von Menschen Kontakte knüpfen, ist ja klar. Aber glücklicherweise gab es viele andere Christen, die sich dann wieder um andere Einzelne kümmern konnten. Und doch waren sie durch Jesus alle untereinander verbunden. Und diese Verbindung mit Jesus, diese gemeinsame Teilhabe an ihm, die ändert auch unseren Blick aufeinander. Und das ist das Zweite, was Paulus in dieser Liebeserklärung beteuert, nicht nur was uns zusammenspielt, sondern zweitens jetzt, was ich über euch denke. Hören Sie, was ihr über sie denkt. Vers 7. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe. Paulus sagt ganz einfach, Leute, weil wir zu Jesus gehören und ich euch deswegen in meinem Herzen habe, denke ich so von euch allen und zwar zu Recht so von euch allen. Und wir fragen Paulus, was ist so? Er sagt, da guckt doch mal nach, die Verse davor, da steht es doch. Da habe ich das doch beschrieben, wie ich von euch denke. Vers 3. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke. Ich bin dankbar für euch, dass es euch gibt, dass ihr zu Jesus gehört. Und weiter, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freunden. Also ich tue gern Fürbitte für euch. Es ist mir eine Freude, euer Leben und eure Anliegen vor Gott zu bringen und wir als Gemeindemitglieder haben den Vorteil noch, dass wir diese Gemeindemitgliederliste haben, wo wir die Namen alle aufgeführt haben und wo wir uns diese Namen auf die ganze Woche verteilen können und dann wirklich für die Einzelnen beten können. Und diejenigen, die noch Mitglieder sind, die schreiben wir dann eben auf der Rückseite mit dazu. Dass ich so von euch denke, Vers 5, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an, danke ich. Was Jesus uns gemeinsam anvertraut hat, dass wir gemeinsam beauftragt sind, seine Zeugen zu sein in dieser Welt, dass wir ihm gemeinsam vertrauen. So denke ich über euch. Ja und ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Leute, ich denke ganz getrost an euch. Ich weiß, dass der Herr euch durchbringen wird. Ich weiß, dass er euch festhalten wird bis ans große Ziel. So denke ich über euch, sagt Paulus. Ich denke so über euch. Und jetzt überlegen wir mal, was wird das für eine Freude bei den Philippern ausgelöst haben? Paulus hat ja dann Epaphroditus mit diesem Brief zu ihm zurückgeschickt, als der Brief ankam. Und wie werden sie diesen Brief mit zitternden Händen geöffnet haben? Hier spüren wir richtig diesen Resonanzraum der Freude. Und sie lesen das. Sie lesen diese Zeilen, die wir jetzt hier lesen können. Und sie merken, Mensch, Paulus, unser Gemeindemitgründer, Paulus, unser geistlicher Vater, der freut sich auch nach zehn Jahren noch über unseren Gemeinde auf Boyen Philippi. Und Paulus will weiter mit uns kooperieren. Hier steht es doch. Paulus bestätigt den theologischen Kurs, den wir als Gemeinde fahren. Und Paulus, guck doch Vers 6, Paulus ist ganz gewiss, dass Jesus uns sicher ein Ziel bringen wird. Paulus macht sich über uns und über unsere geistliche Situation keine Sorgen. Und Paulus kämpft mit uns Seite an Seite. Leute, Paulus schreibt hier, dass er sich sogar in Rom massiv von uns unterstützt fühlt. Sogar in den Situationen, wo er dort vor dem Tribunal steht. Und das heißt doch, liebe Geschwister in Philippi, alles, was wir versucht haben, um dem Paulus unsere Nähe zu zeigen, alles, was wir unternommen haben, um dem Paulus deutlich zu machen, wir fiebern mit dir. Das ist wirklich angekommen. Das hat gezündet. Das ist nicht ins Leere gegangen. Es war nicht vergeblich. Das ist der Resonanzraum der Freude. Verstehen Sie? Es ist für die Philippa ganz wichtig zu wissen, was Paulus über sie denkt. Und der Paulus schreibt es ihnen in dieser Liebeserklärung in aller Deutlichkeit. Paulus ist explizit. Das ist eine Deutlichkeit, die nicht zu wünschen übrig lässt. Ihr Lieben, lasst uns explizit genug, ausgesprochen genug einander sagen, wie dankbar wir dafür sind, was Gott uns durch den anderen schenkt. Lasst unser Denken so geprägt sein, dass es den anderen auferbaut, wenn wir es ihm mitteilen. Ja, lasst uns so über den anderen denken, dass es den anderen aufbaut, wenn wir ihm sagen, wie wir über ihn denken. und lasst es selbst dann auferbauend sein, wenn wir ihn einmal liebevoll ermahnen müssen. Schaut, wie Paulus über die Philippa denkt, hat seinen Grund darin, dass er es in seinem Herzen hat. Das sagt er hier. Er sagt, weil ich euch in meinem Herzen habe, denke ich so. Also, was Paulus ihnen schreibt, das ist nicht die Computeranalyse eines Experten für Gemeindeaufbau. Was Paulus ihnen schreibt, das ist nicht der Motivationstrick eines bezahlten Pastoralpsychologen, sondern, weil er sie in seinem Herzen hat. Und der Grund dafür, dass er sie in seinem Herzen hat, ist, dass er mit ihnen durch Jesus verbunden ist. Und der Grund dafür, dass er mit Jesus mit ihnen verbunden ist, liegt wiederum darin, dass er und die Philippa gemeinsam Anteil haben an der Gnade, die Jesus garantiert. Also nochmal, wie Paulus über sie denkt, hängt daran, dass er sie in seinem Herzen hat. Dass er sie in seinem Herzen hat, liegt darin, dass sie gemeinsam durch Jesus und seine Gnade verbunden sind. Und das Ergebnis ist diese Liebeserklärung. Was ich über euch denke. Liebe Gemeinde, wir haben häufiger im Blick, dass es wichtig ist, wie wir übereinander reden. Und das ist auch wichtig. Wie wir übereinander reden. Dass wir nicht schlecht übereinander reden. Dass wir auferbauend reden. Und so weiter. Aber mindestens genauso wichtig ist, wie wir übereinander denken. Und aus welcher Quelle unser Denken übereinander gespeist wird. Machen wir uns das nochmal am Beispiel unserer Ehen klar. Natürlich ist es wichtig, wie wir als Ehepartner übereinander reden, gegenüber Dritten. Und das gehört zu den Basics in meinen Traugesprächen, dass ich den Paaren sage, sagen sie nie ein böses, schlechtes, abwertendes Wort über den jeweils anderen. Und erst recht nicht, wenn er nicht da ist. Aber noch viel wichtiger ist, auch in der Ehe, wie wir übereinander denken. Weil das ja noch enger mit unserer Herzenshaltung zusammengehört. Und deshalb ist es ein gutes Gebet. Ein gutes Gebet auch für unsere Ehen, dass der Herr unsere Herzen bewahrt. Dass er uns reinigt. Dass er uns immer wieder innerlich zueinander führt. und uns füreinander mit Liebe füllt. Denn daran entscheidet sich immer wieder, wie wir als Eheleute übereinander denken. Und dann ist es auch in unseren Ehen wichtig, das immer wieder auszusprechen, was wir übereinander denken und wofür wir Gott füreinander dankbar sind. Und fragen Sie sich doch, wann haben Sie Ihrer Frau beziehungsweise Ihrem Mann die letzte Liebeserklärung gemacht? Wann haben Sie das gemacht? Sei es schriftlich oder mündlich, zählt beides. Und damit kommen wir zum letzten Teil unserer paulinischen Liebeserklärung, Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Wie ich mich nach euch allen sehne in der innigen Liebe Christi Jesus. Und das ist nun spannend. Nachdem Paulus in Vers 7 beschrieben hat, erstens, was uns zusammenschmiedet und zweitens, was ich über euch denke, sagt er uns im nächsten Vers und das ist das dritte, was ich für euch fühle. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Leute, was wir übereinander denken, hat auch Auswirkungen darauf, was wir füreinander empfinden und wie wir füreinander fühlen. Und sie haben es gehört. In diesem Vers wird Paulus geradezu feierlich. Das ist ihm nicht peinlich, sein Herz in dieser Weise zu öffnen. Dieser Vers 8 ist der Höhepunkt seiner Liebeserklärung. Und das klingt wie ein Treueschwur. Gott ist mein Zeuge, sagt Paulus. Als wollte er sagen, Freunde, es gibt noch ein Argument, das unseren Zusammenhalt beweist und das euch sehr ermutigen soll. Denn Gott ist mein Zeuge, dass ich mich von Herzen, von tiefstem Herzen nach euch sehne. Und durch die Berufung auf Gott als Zeugen verstärkt Paulus nochmal, wie sehr ihm diese Verbundenheit am Herzen liegt. und er sagt damit zugleich, denn Gott ist mein Zeuge, dass ihre und unsere geschwisterliche Gemeinschaft unter dem Schutzschirm von Gottes Gegenwart geschieht. Gott ist mein Zeuge, Gott ist euer Zeuge, wir leben unsere Gemeinschaft unter dem Schutzschirm von Gottes Gegenwart. Er sieht uns miteinander. Er hält uns beieinander. Er richtet unsere Herzen immer wieder zueinander. Wir leben vor ihm und deshalb schulden wir ihm auch Rechenschaft darüber, wie wir übereinander denken, ja, und auch, wie wir füreinander fühlen. Und damit kommen am Ende hier in Vers 8 zwei starke Wörter in den Blick. Das eine ist das Wort, ich sehne mich nach euch allen. Und wieder hat Paulus die ganze Gemeinde im Blick und wieder ist er peinlichst darauf bedacht, dass sich kein einziger Mitchrist ausgeschlossen fühlt. Das ist das dritte Mal jetzt. Er hat in Vers 7 gesagt, dass ich so von euch allen denke. In Vers 7b, die ihr alle mit mir Mitteilhaber seid und in Vers 8 nochmal, wie mich nach euch allen verlangt. Was für eine Fürsorge, um ja sicherzustellen, dass keiner sich ausgeschlossen fühlt. Und dann sagt er, ich sehne mich nach euch allen. Epipoteo. Das ist ein ganz besonderes griechisches Wort. Es beschreibt eine innere Sehnsucht, die einen unruhig macht. Es steht dann in Kapitel 2, Vers 26 wieder, wo beschrieben wird, dass der Epaphroditus jetzt Sehnsucht hat, nach den Geschwistern in Philippi, die ihn ausgesandt hatten. Denn er hatte nach euch allen Sehnsucht und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Also es war so gelaufen. Epipaphroditus war krank geworden, in Rom. Und die Philippe hatten das mitgekriegt und hatten sich um ihn gesorgt. Und das wiederum hat Epaphroditus mitgekriegt. Und jetzt sorgte sich Epaphroditus, weil sich die Philippe sorgten. Verstehen Sie, so waren die miteinander drauf. So haben die aneinander gedacht. Ich habe Verlangen danach. Und Paulus in Römer 1, Vers 11, da sagt er das auch. In Römer 1, Vers 11. Und auch das Martinshorn unterstreicht die Dringlichkeit, wenn Sie so wollen nochmal. Wir nehmen das alles rhetorisch gerne mit. Paulus sagt in Römer 1, Vers 11, denn mich verlangt danach, ich habe Sehnsucht danach, euch zu sehen, um euch geistlich zu stärken. Epipoteo. Und es hat ihn bewegt, dass Timotheus ihm von den Thessalonichern dasselbe berichtete. Und Jahre später hat Paulus nochmal an Timotheus persönlich geschrieben. Auch ein bewegender Satz in 2. Timotheus 1, Vers 4. Da sagt Paulus an Timotheus, und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Nämlich, wenn du wieder getröstet wirst. Wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Die Tränen waren wahrscheinlich geflossen beim letzten Abschied. Dann war Paulus ja nochmal rausgekommen aus dem Gefängnis, hatte sich mit seinem wichtigsten Mitarbeiter nochmal getroffen, dann war wieder der Abschied gekommen. Und dann waren Tränen geflossen. Und Paulus sah es nicht vergessen. Epipoteo. Ich habe Verlangen danach, dich zu sehen. Und hier in unserem Vers 8 gilt die Sehnsucht der ganzen Gemeinde in Philippi. Und dann kommt zum Schluss dieses große Wort, mit dem wir begonnen hatten und mit dem wir jetzt diese Liebeserklärung zum Schluss führen, das Planschnon. Paulus sagt, am Ende von Herzensgrund, aus den tiefsten Eingeweiden, aus dem innersten Innern, habe ich Sehnsucht nach euch. Nochmal wörtlich, bezeichnet es also die inneren Organe. Dadurch wurde es ein Bild für den Sitz der Gefühle und Empfindungen. Eine Empfindung, die so stark ist, dass man meint, sie körperlich zu spüren. Und später konnte man das Wort dann auch einfach mit Zuneigung übersetzen. Und kaum ein Kommentator hat die Empfindung des Paulus hier so einfühlsam beschrieben wie John MacArthur. Er knüpft daran an, dass unsere inneren Organe ja reagieren, wenn wir tief bewegt sind, der Pulsschlag, Magen drücken. Und er beschreibt Paulus' Situation dann so, John MacArthur. Paulus will sagen, alles in mir, sogar mein physischer Leib sehnt sich nach euch. Ich denke an euch und schon schlägt mein Herz etwas schneller. Mein Atem geht etwas schwerer und in meiner Magengegend wird es mulmig, weil ich mich so sehr nach euch sehne. Gott ist mein Zeuge. Wie sehr ich mich nach euch sehne vom Innersten meines Herzens in Christus Jesus. Wahrlich, eine besondere Liebeserklärung ist das, vom Apostel persönlich, uns zum Vorbild, uns zum Ansporn. Er begann damit, dass er erstmal sagt, was uns zusammenschmiedet, dass wir gemeinsam zu Jesus gehören, dass wir Anteil an seiner Gnade haben, dass wir aus demselben Kelch seiner Vergebung trinken und vom selben Brot seiner Gnade essen. Und dadurch, dadurch gehören wir zusammen. Dadurch seid ihr in meinem Herzen und das beeinflusst zweitens, was ich über euch denke. Dass ich für euch danke, dass ich für euch bete, dass ich in euch Menschen sehe, die im Himmel dabei sein werden, weil der Herr euch genauso durchbringen wird wie mich. Und dann schließlich das Dritte, aber das muss ich euch auch noch sagen, was ich für euch empfinde, bis in die Magengegend hinein, dass ich mich fast heimwehkrank nach euch sehne mit der inneren Liebe Christi Jesu. Das steht in diesen Versen. Und die Frage am Ende ist, können wir diese Liebeserklärung so übernehmen? Da muss jeder sich für sich persönlich prüfen. Man kann eigentlich nur sagen, kann ich diese Liebeserklärung so übernehmen? Also Punkt eins, unterschreiben wir sofort, was uns zusammenschmiedet, dass wir gemeinsam zu Jesus gehören, dass wir Anteil haben an seiner Gnade, unterschreiben wir sofort. Punkt zwei, was denken wir beieinander? Ja, lasst uns, lasst uns maßnehmen an diesen Versen drei bis sechs. Ich danke meinem Gott so oft ich eurer Gedenke. Lasst uns daran maßnehmen. Alle Zeit füreinander fürbitte tun. Dankbar dafür sein, dass Gott einen jeden, der zu ihm gehört, wirklich durchbringen wird. Lasst uns so übereinander denken. Und schließlich das Dritte, was empfinden wir füreinander? Paulus geht es hier nicht um den Nasenfaktor, wie wir sagen. Also dass man einfach aus menschlicher Sympathie oder Antipathie reagiert, das wird es immer geben, das können wir nie vermeiden. Aber das kann es nicht entscheiden. Und damit dürfen wir uns auch nicht zufrieden geben. Dann hätte Paulus nicht sagen können, ich sehne mich nach euch allen in der innigen Liebe, Christi Jesu. Dann hätte er sagen müssen, ich sehne mich nach meinen Homies in der innigen Liebe, Christi Jesu. Ich sehne mich nach euch allen. Nein, Paulus' Liebeserklärung, er wächst eben nicht aus seiner eigenen Liebesfähigkeit. Er wächst nicht, dass er daraus, dass er sagt, ich sehne mich nach euch mit der innigen Liebe Sankt Pauli, also das Heilige Paulus, sondern er schreibt, ich sehne mich nach euch aus der innigen Liebe, Christi Jesu. Die Grammatiker sagen, das ist ein Genitiv, der Urheberschaft, also ein Genitivus auctoris. Das heißt, Jesus ist der Urheber dieser Liebe. Ich sehne mich nach euch aus der innigen Liebe, Christi Jesu. Er muss das schenken, nur er kann es schenken. Und für diese Liebe, liebe Geschwister, dürfen wir beten, dass Jesus uns auch diese Herzlichkeit von innen füreinander schenkt, diese echte Zuneigung, dass wir einander gerne dienen, dass wir einander gerne tragen, dass unser Zusammengehörigkeitsgefühl stark wird und unsere Dankbarkeit füreinander. Damit man auch uns nachsagt, was der Kirchenvater Tertullian um 200 nach Christus berichtet, was er berichtet als staunenden Kommentar der Heiden über die Jesusleute, wo die Heiden sagten über die Christen, seht nur, wie haben sie einander so lieb. Amen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich darum, dass das auch immer mehr über uns gesagt wird als deine Gemeinde, als deine Kinder. Seht nur, wie haben sie einander so lieb. Herr, und wir danken dir, dass der Paulus uns sein Herz geöffnet hat und uns damit zugleich gesagt hat, was du uns sagen willst und was du auch in unseren Herzen säen und in unseren Herzen verankern wirst. Herr, danke, dass du uns so zusammenschmiedest als deine Gemeinde und gib doch, dass wenn ein Mensch noch nicht dazugehört, wenn er sich vielleicht bisher eingebildet hat, äußerlich dazu zu gehören und gemerkt hat, er ist noch nicht wirklich zu dir gekommen, um dich als einen Herrn und Erlöse anzurufen, dann lass ihn das heute tun, Herr. Und präge uns immer mehr in dem, wie wir übereinander denken und wirke durch deinen heiligen Geist in unseren Herzen auch, dass wir so füreinander fühlen und empfinden, wie es dich ehrt, Herr. Danke für das Wunder der Gemeinde und danke, dass wir fest zu dir gehören dürfen, dass wir ein Kuchen sein und bleiben dürfen mit dir in alle Ewigkeit. Amen. Nun lasst uns miteinander singen. Gut, dass wir einander haben. Wahrlich gut. Wir singen das jetzt.